Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, den ich bewerten werde, der ist vom guten Till. Der hat mir das Ganze per E-Mail geschickt und hat einen kleinen Text dazu geschrieben, nämlich Hallo lieber Danyman, am Beispiel schicke ich dir meinen Jurassic World Evolution Park mit dem Namen Jurassic World Safari Park. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Safari Park, den ich so natürlich wie möglich gestaltet habe. Schnapp dir am besten sofort einen Tourtruck oder einen Rangerwagen und erkunde die einzelnen Gebiete entlang der Jurassic Tour. Halte die Augen offen, damit du auch ja keine Dinosaurier übersiehst. Nicht wundern, es gibt keinen richtigen Besucherbereich, da ich den ganzen Platz den Tieren widmen musste und auch wollte. Viel Spaß bei der Safari und beim Entdecken der Dinosaurier. Ich freue mich auf dein Feedback. Viele Grüße, Till. Ja Till, das klingt doch schon mal sehr interessant. Also es gibt keinen richtigen Besucherbereich. Wir werden wahrscheinlich gleich eine richtig schöne, lange Safari-Tour genießen können. Da freue ich mich schon drauf und ich würde sagen, wir springen jetzt auch direkt in deinen Park. Und da sind wir auch schon im Park von Till. Und ich freue mich schon, weil wir gleich eine schöne Tour durchfahren dürfen. Hier ist auf jeden Fall der Eingangsbereich. Hier fahren gerade Gäste weg, leider. Okay, hier hast du auf jeden Fall so einen kleinen Industriebereich gemacht. Und du hast ja geschrieben, du hast nicht viele Besucherbereiche, beziehungsweise gar keine. Das sieht man auch, weil hier echt viele Menschen unterwegs sind. Wenn ihr mal schaut, was das hier für Menschenmassen sind, das ist echt krass. Wie die sich hier drängeln. Die werden schon vom Weg runtergedrückt. Sehr, sehr witzig. Ich möchte mal einmal ganz kurz einen Sneakpeak machen. Ich achte auch nicht auf die Dinos. Okay, du hast halt wirklich nur Gehege gemacht. Da sind keine Besucherbereiche. Das heißt, wir haben nur hier vorne diesen kleinen Eingangsbereich und Industriebereich. Finde ich aber cool gestaltet. Also ganz, ganz entspannt. Auch mit verschiedenen Wegfarben. Hier ist ein Entwicklungslabor. Hier ist eine Ranger-Station. Die einzelnen Ranger-Teams haben leider keine Namen. Und hier hast du ein SEU-Zentrum. Also all das, was man braucht. Jo, hast du ganz schick gemacht hier. So mit den Zäunen und sowas. Hier diese Zäune benutzt. Oh, sieht cool aus. Oh, das sieht cool aus hier vorne. Das gefällt mir gut. Hier vorne, wo die Jeeps enden. Dass du das mit dem Zaun hier gemacht hast und dann mit dem Weg hier so abgerundet und so. Das sieht sehr, sehr cool aus. Nice. Ja, aber ich würde sagen, wir springen jetzt eigentlich ohne langes Wenn und Aber in die Jurassic-Tour. Die ist hier vorne. Ja, wir können natürlich überlegen, ob wir jetzt entweder mit dem Jeep fahren oder mit der Jurassic-Tour. Ich würde aber fast sagen... Okay, du hast auf jeden Fall immer beide Tore reingemacht. Ich kann mir also aussuchen, mit was ich fahre. Ah, der Jeep hat natürlich den Vorteil, dass er diese wunderschöne Kamera hat, wo man auch mal reinzoomen kann. Aber die Jurassic-Tour, die hat den Vorteil... Ich finde, die ist immer so ein bisschen ein anderes Feeling. Außerdem ist bei der Jurassic-Tour ab und zu eine Info zu den Dinos. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz hier in die Audio-Einstellung. Machen wir die Sprache hoch. Und dann kriegen wir eventuell noch die ein oder andere Infos zu den Dinos. Das finde ich ganz cool. Also ich würde sagen, wir starten jetzt direkt hier. Wir fahren selber. Controller ist natürlich am Start, damit wir vernünftig lenken können. Machen wir. Seht ihr, es geht schon direkt los. Sehr, sehr gut. Und ja, wir fahren direkt los, würde ich sagen. Was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, dass der Akku hoffentlich geladen ist. Ja, wenn nicht, dann muss ich ihn anschließen, den Controller. Macht aber ja nichts. Wir fahren direkt los. Wir sind jetzt aber, glaube ich, noch nicht in einem Gehege, ne? Wir sind da vorne. Wartet mal. Ganz kurz einmal noch. Ach, das ist das Entwicklungslabor. Okay, never mind. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, was geht los? Wir fahren ins erste Gehege. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr lange, schöne Tour werden. Da freue ich mich schon drauf. Bis jetzt ist hier nur Dschungel. Okay. Bis jetzt sehe ich nur Dschungel. Aber sehr, sehr cool. Wenn man nicht weiß, was kommt. Oh, wie schön. Okay. Erster Dinosaurier, den wir hier zu Gesicht bekommen, ist der Anki. Wie es aussieht. Mega cool. Wir parken mal ganz kurz hier und schauen mal eben. Da laufen auf jeden Fall zwei Anki. Ich gucke noch mal so. Ja. Zwei Anki. Da hinten sind... Was ist denn das da hinten? Das sind keine Anki. Sind das Nodus? Oh, den habe ich ja immer Probleme. Ich glaube, das sind... Das ist Nodus Polakantus könnte es noch sein. Ich schaue mal ganz kurz. Nodus sind das. Okay. Nodusaurier. Ja, jetzt ist schon wieder das Problem. Ich darf die halt nicht außer Augen lassen, die Tour. Sonst ist sie weg. Ich könnte euch das einmal zeigen, aber dann verschwindet sie schon. Wenn ich sie einmal aus der Kamera mache, ist sie weg. Das heißt, wir können hier nicht vernünftig ranzoomen, leider. Wie ist denn das, wenn ich in den Aufnahmemodus gehe? Das müssen wir mal kurz testen. Ist die dann auch weg? Tatsächlich. Okay, das ist frech. Ja, das ist halt das Problem an der Jurassic Tour. Man kann nicht mal eben aussteigen und ranzoomen an die Dinos. Aber hier sehen wir die Dinos. Der Jeep ist leider... Oder ist... Was heißt leider? Ist zum Glück nicht so. Der bleibt immer schön stehen und wartet auf einen. Vielleicht sollten wir gleich wirklich mit dem Jeep da durchfahren. Wobei ich die Tour echt cool finde, weil der diese coolen Informationen noch hat. Ist das hier auch ein Nodo? Ja, ne? Da habe ich alles Nodus. Also hier im ersten Gehegegen haben wir Nodus und Ankis. Und ich hole mal eben die Tour zurück. Der Nodosaurus greift im Gegensatz zu anderen Vertretern der Gattung Ankylosaurus nicht mit dem Schwanz, sondern mit seiner Schulter an. Okay. Mit dieser Information sind wir wieder zurück. Also wir sind jetzt wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Und ja, wir fahren mal weiter. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach nicht mehr aus. Was schreit der denn so? Ich würde sagen, wir steigen jetzt nicht mehr aus und genießen das Ganze einfach aus Besucherperspektive. Ich glaube, wir haben eine sehr lange Fahrt vor uns. Wir dürfen uns auch gar nicht so viel Zeit lassen. Jetzt sind wir hier eine Stunde unterwegs. Hier sehen wir nochmal die Ankis zu unserer Rechten. Leider gerade von uns weggedreht. Auch sehr cool. So. Nächstes Gehege, Leute. Bin gespannt, was wir hier zu entdecken haben. Info ist leider ein bisschen spät. Fusionsexe, okay. Wieder was dazu gelernt. Oh, was haben wir hier? Sind das Torus oder sind das Triceratops? Das sind Triceratopser, okay. Hallo, liebe Tricis. Geht's? Was macht ihr hier? Ah, da vorne ist der Futterspender. Ich hoffe, man kann's erkennen durch die Scheibe. Dann gehe ich ab und zu in diese Sicht. Und Pachis sind hier. Ach, wie cool. Den sieht man auch da vorne. Ja, Trici kommt uns sogar jetzt hier gerade relativ nah. Guckt uns auch voll an. Oha. Nicht wegrammen. Der Pachy Cephalosaurus lebte in Nordamerika. Er war einer der letzten nicht vogelartigen Dinosaurier, der während der Katastrophe der Kreis-Paleogen-Grenze vor 65 Millionen Jahren ausstarrt. Er hat uns erstmal mit seinem Schweif weggerannt. Äh, ja, wir hatten gerade eine schöne Info über den Pachy. Die Pachys kann man gar nicht richtig erkennen da vorne. Sind sehr versteckt. Beziehungsweise der eine ist sehr versteckt. Also ein bisschen sieht man ihn. So, wir fahren mal weiter. Vielleicht sehen wir noch ein paar mehr Pachys. Ah, hier ist der schöne große Baum. Also bis jetzt kommt auf jeden Fall richtig schön so ein Safari-Feeling rüber. Finde ich nice. Guck mal, da rechts sieht man auch einen, äh... Triceratops zu einem der bekanntesten Dinosaurier und einer beliebten Attraktion. Spricht man den so aus? Triceratops? Triceratops. Habe ich ja noch nie gehört, Triceratops. Okay, Leute, das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Und sehr interessant, diese Infos. Aber auch ein bisschen nervig, weil die sehr häufig kommen, gefühlt. Also wir können noch auf dem Jeep umsteigen. So ist es nicht. Bin noch am überlegen. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ja, nächstes Gehege. Oh, das wird hier interessant. Hier haben wir rechts klippen. Ich hoffe, ich habe noch keine Dinos übersehen. Gott. Da schlängeln wir uns jetzt durch, okay. Wenn wir denn hier schon irgendwas erkennen. Hier ist auch Sand. Und... Oh Gott. Ja. Wenn zwei rivalisierende Karnotauri aufeinandertreffen, versetzen sie sich gegenseitig Kopfstöße, deren Bucht von ihren Hörnern absorbiert wird. Karnotauri ist also die Mehrzahl. Gott, da kommt noch ein... Dein Nonikus. Ah, guck mal. Noch einer. Wie schön. Hallo. Und da kommt ein Karno und ein Dein Nonikus auf uns zu. Kein Ärger. Alles gut. Okay. Wir fahren mal lieber weiter. Schlängeln uns mal hier runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht den Abhang runterrutschen. Bisschen steil. Ist der gerade hinter uns? Ah, da läuft er lang. Oh, der schnappt nach den Dein Nonikusen. Wie gemein. Da kommen sie angerannt, die Kleinen. Die finde ich auch ganz toll, ne? Dein Nonikusse. Ja, Mehrzahl von Dinosauriern ist echt immer eine schwere Sache, ne? Dein Nonikus ist bestimmt auch nicht richtig, aber ich sage es einfach. Passt schon. Wahrscheinlich ist die Mehrzahl von Dein Nonikus Dein Nonikus. Gehe ich mal von aus. Haben wir hier im Wasser noch irgendwas? Da vorne ist auf jeden Fall ein Futterspender. Das ist aber auch, glaube ich, gerade ein Dein Nonikus am Start. Glauben schon. Der Dein Nonikus war der Ernte Raptor, von dem es ein nahezu vollständiges Skelett kam. Dein Nonikus. Sein Name bedeutet schreckliche Klaue und leitet sich von der 20 Zentimeter großen Hinterklaue auf seinem Fuß ab. Okay, irgendwie, entweder spreche ich die Namen alle falsch aus oder die Frau, die uns hier die Geschichten erzählt. Ich glaube, wir haben aber alle Dinos gesehen in diesem Gehege. Ist aber sehr, sehr interessant, das mal alles so zu hören. Nächstes Tor und nächstes Gehege. Guck mal, jetzt sind wir wieder im Gehege von vorhin, kann das sein? Ne, wir sind im großen Pflanzenwassergehege, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Ich habe aber gerade wieder einen Pachi gesehen, hier rechts. Der steckt mich jetzt, glaube ich, im Wald. Wo ist er hin? Pachi, wo bist du? Oh, ist egal. Ah, weiter. Hier vorne kommen aber auf jeden Fall Langhälse. Ich kann noch nicht erkennen, was für einer es ist. Aber wir sind auf jeden Fall in einem sehr großen Gehege hier. Es müssten Apathos sein. Hier zu unserer Linken können wir es nochmal besser erkennen. Wie bei anderen Sauropoden ist auch der Kopf des Apathosaurus im Vergleich zu seinem Körper winzig. Wir müssen ja echt ein kleines Gehirn haben, ne? Ja, was heißt klein im Vergleich zu ihrem Körper, wenn die so einen kleinen Kopf haben? Guck mal, da sind sie. Wie schön das ist. Laufen aufeinander zu. Wir dürfen gleich unten durchfahren. Sehr, sehr cool. Ja, hier rechts sind auch noch, glaube ich, die Pachis gerade am rumalbern. Ist da gerade was Böses rum gehört? Ne, das war der Apatho. Das klang fast so wie so ein Knurren von einem Fleischfresser, wenn ich ehrlich bin. Gar, wir fangen mal weiter. Auch tolle Dinosaurier. Du hast auch überall die Standard-Skins gemacht. Finde ich cool. Der Apathosaurus ist ein großer Sauropode mit einem langen Hals und einem ebenso langen Schwanz. Sein Name bedeutet trügerische Echse. Trügerische Echse. Wieso das denn? Okay. Oh, was haben wir denn da vorne? Stegos. Sehr, sehr cool. Hier links ist auch noch mal ein Apatho am Trinken. Hätte das echt eine tolle Gehegegestaltung gemacht. Richtig nice. Bestimmt lange gedauert. So, hier links sind die Stegos. Und sogar gerade noch ein Dritter aus dem Dschungel gehoppelt. Aber er kommt sogar auf uns zu. Oder auch nicht. Ist leider stehen geblieben. Stegos auch tolle Dinosaurier. Mag ich richtig gerne. Helle Lichter können die Dinosaurier erschrecken. Also verwenden Sie beim Fotografieren keine Blitze. War keine Kamera dabei. So, hier vorne ist auch noch mal ein Stegos. Im Wasser. Wollen wir mal Hallo sagen? Komm. Sagen wir mal Hallo. Mal sehen, ob er Bock auf uns hat. Hallo Stegos. Wie geht's? Wie steht's? Scheint ihn gar nicht zu stören, dass wir jetzt hier sind. Bisschen doof, dass man nur diese zwei Kameraperspektiven hat, wenn man selber fährt. Wäre cool, wenn man sich auch hinten auf die Ladefläche setzen könnte. Mit der Kamera. Wie wenn man mitfährt. Ah, toller Dinosaurier, der Stegos, ne? Hoffen wir mal, der rammt uns jetzt nicht weg. Oh, oh. Au. Oh, scheiße. Okay. Die armen Gäste da hinten. Ich bringe einmal schön hier den Stachel hinten ab von dem Stegos. Ab ins nächste Gehege. Ganz tolles Gehege. Ist aber erst das dritte. Ich glaube, wir haben richtig viele Gehege zu erkunden. Oder vierte Gehege erst. Ich weiß es gar nicht genau. Zack, hier durch. Und kommen wir wieder ins nächste Gehege. Ein sehr bergiges Gehege, so wie es aussieht. Also du hast echt verschiedene Gehege so gebaut von den Gebieten und Themen her. Finde ich sehr, sehr cool. Ist jetzt echt toll. Macht echt Spaß. Vollgas. Da vorne sind auch gerade die Kollegen. Die beholen wir jetzt mal eben. Gucken kann ich nicht, ne? Hallo Kollegen. Oh, hier ist aber eine schöne Aussicht. Ach, wie schön. Was können wir denn hier entdecken? Da unten sehe ich auf jeden Fall schon mal Kuritos sind das, glaube ich. Und dahinter kann ich gar nicht erkennen. Wir fahren mal ein Stück weiter. Dieses Rötliche kann ich irgendwie nicht so richtig erkennen, was das ist. Du hast hier auf jeden Fall Skins benutzt. Also doch nicht immer nur Standard. So, wir holen jetzt die Kollegen. Da reicht's. Lasst uns mal vorbei, Jungs. Wir müssen mal durch. Oh, hier fahren wir durch so einen Fluss oder sowas durch oder einen See. Jetzt sehen wir zu unserer Rechten nochmal die, ich glaube es sind Kuritos. Mit denen komme ich ja auch mal sehr durcheinander. Ich könnte einmal kurz einen Blick wagen. Ja, es ist ein Kuritos, tatsächlich. Die haben auch keine Namen oder so. Und läuft ein Galimimus. Sehr cool. Und ein Brachio. Oh mein Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Wie schön. Ach, der Park ist echt toll. Fällt mir richtig gut. Ich versuche echt nichts zu verpassen, deswegen gucke ich mich so viel um. Ist echt richtig schön, oder? Hält man hier mal kurz an. Schaut dann den Brachio zu, wie er da oben schaut. Er ist aufgrund seiner enormen Größe eine der bekanntesten Dinosaurier. Das macht ihn auch zu einer beliebten Besucherattraktion. Seine Rufe sind im ganzen Park zu hören. Oh ja, das stimmt. Und wirklich sehr laut. Die Kollegen überholen uns schon wieder, so langsam sind wir. Aber ich will einmal kurz zu dem Brachio. Trinkt gerade so schön. Da können wir einmal unten durchfahren. Das ist immer ein tolles Bild. Ah, ich liebe es. Es ist immer schön, dass man mal von der Tour abweichen kann, wenn man selber fährt. Wollen wir nämlich auch mal eben hier in den Dschungel schauen. Ich fahre aber gleich wieder zurück zur Strecke, keine Sorge. Und jetzt nur mal die Kuritos eben vom Nahen angucken. Hallo. Ich weiß, ihr habt keinen Bock auf mich. Galilinus ist auch gerade hier. Ja, Jungs. Ich fahre mal wieder, ne? Ich habe gar keinen Bock auf mich. Ich weiß das. Hier sind noch zwei Brachios. Wir fahren mal wieder hier galant zurück zur Strecke. So schnell wie es geht. Wir steigen uns hier durch. Da hört man gerade auch ganz gut die Rufe der Brachios. So. Wir dürfen jetzt hier auch nicht von der Strecke abkommen. Ihr seht schon, hier sind zwei Strecken nebeneinander. Gehen die ineinander über? Ah ne. Geht hier rechts lang. Da sehen wir schon die nächste Dinosaurierart. Auch ein ganz toller Dino. Der Parasaurolophus gehört schon seit den Anfängen des Jurassic Parks zu den beliebtesten Attraktionen. Als er zusammen mit dem Brachiosaurus in einem Gehege untergebracht war. Hm, ist er jetzt auch. Okay, der hat uns fast weggerammt. Nicht umdrehen, Pfarrer. Wenn du dich jetzt drehst. Ah. Aua. Ich glaube, der hat keinen Bock auf uns. Ja, wir fahren weiter. Aber Pfarrer sind auch tolle Dinos. Cooles Gehege. Also wirklich sehr cooles Gehege. Schaut euch das an. Das ist nicht schön. Hier könnte ich den ganzen Tag verbringen. So, weiter geht's. Wer nach zwei Meter lange Knochen zackt aus deinem Schädel macht den Parasaurolophus zu einem Rheizig an den Dinosaurier. Sein Name ist eine Anwendung an die Gattung Saulophus. Und in das nächste Gehege. Please stand clear. So sieht's aus. Wieder ein sehr flaches Gehege. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Fleischfresser lebt. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der brüllt hier auch direkt die Jurassic Tour an. Hallo, kleiner Rexy. Oh, oh. Schnell zurück. Oh Gott. Der hat uns fast weggerammt. Sehr schön. Der Tyrannosaurus-Rex ist wahrscheinlich der Herr des Dinosaurier aller Zeiten. Sein Name bedeutet König der Königsex und er repräsentiert für viele den Ultima-Dichten Jäden. Dieses beeindruckende Tier ist schon lange das Herzstück sämtlicher Dinosaurier-Attraktion. Och hier, tolle Gehege-Gestaltung. Nice aus. Jetzt sind die Kollegen halt wieder vor uns. Wir kürzen ab. Tschüss, Rexy. Schade, dass wir dich nur so kurz gesehen haben. Und wieder zurück. Ich glaube, jetzt sind wir wieder im gleichen Gehege. Das heißt, wir können sogar noch mal einen Blick auf die Pflanzenfresser erhaschen. Das ist ganz nice. Sieht echt toll aus hier. Wenn man hier langfährt und dann links runter schaut. Schaut euch das an. Die Dinos da unten schreien, trinken. Oh, ist das nicht schön. Ah, das feiere ich. Das ist echt toll. Ich liebe es, Jurassic-Tour zu fahren durch Parks, die ich nicht kenne. Macht echt richtig Spaß. So. Und ab ins nächste Gehege. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Aber das geht, glaube ich, noch. Lassen wir nämlich teilweise immer ein bisschen zu viel Zeit. Aber, mein Gott, man kann ja vorspielen im Video, ne? Wenn es zu lange dauert. So, was haben wir hier? Ja, Teletubby. Zintau? Oder welcher ist das? Ich glaube, das ist ein Zintau. Ja. Zintau. Oh, ich bin so gut. Ich erkenne sie alle. Ich bin da vorne am Graben. Auch ein toller Dino. Zeigen sich nur leider gerade nicht so. Der Kamm des Zintausaurus besteht nicht aus einem ganzen Knochen, sondern einer Knochenröhre. Das spart Gewicht, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Das ist, glaube ich, bei Vögeln auch so leid, dass die hohle Knochen haben, damit die... Oh Gott. Damit die leichter sind. Das ist mir fast vors Auto gelaufen. Was ist los? Willst du jetzt vor oder darf ich fahren? Dann fahre ich jetzt. Aber nicht vors Auto laufen. Wollen doch nicht, dass sich hier einer weh tut. Sind wir sonst noch irgendwelche anderen versteckt im Dschungel? Ich glaube nicht. Links habe ich was anderes gehört. Oder war das auch ein Zintau? Ich glaube, ich habe gerade einen anderen Schrei gehört. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe echt Angst, dass ich hier Dinos übersehe. Mamenchi. Wo ist der Mamenchi? Der müsste ja hier im Gehege sein. Vielleicht zoome ich einmal ganz kurz raus. Ich will ihn nicht übersehen. Dürfen wir den Chuck nicht aus den Augen verlieren? Ach, das ist auch so ein großes Gehege, oder wie? Ja, da kommen wir glaube ich gleich nochmal durch. Mamenchi. Sehen wir hoffentlich noch. Ist auf jeden Fall am Start. Please stand clear. Und der nächste Dino. Ein Fleischfresser. Metriacanto. War ein toller Dino. Coole Skins in der F.W. Sehr nice aus. Nicht weglaufen. Oh Mensch. Der hat Angst vor uns. Stacheln auf der Wirbelsäule? Wie sehe ich die nicht? Der hat doch gar keine Stacheln. Bin ich verwirrt. Seht ihr Stacheln hinten auf seinem Rücken? Ich nicht. Aber die hat das auch Thereopoden ausgesprungen. Also ich glaube, ich bin nicht derjenige, der das falsch ausspricht. Ich glaube, das ist sie. Das heißt doch Thereopoden, oder nicht? Ich brauche keine Ahnung. Diese Frau verwirrt mich. Nächstes Gehege. No. Na du Kleiner. Hast du eingeschlafen? Ist das nicht schön? Wir warten mal ganz kurz, bis der aufwacht. Ich finde das immer so süß, wenn die schlafen und wenn die aufwachen und sowas. Das war jetzt ein Chungkingo, ne? Gut, dass sie es mir vorweggenommen hat. Hätte ich 100 pro falsch erraten. Bei denen komme ich auch immer durcheinander. Kentro, Chungkingo. Boah, da gibt es ja auch so viele, ne? Oh, da kommt sogar noch ein zweiter gerade. Sehr cool. Der weckt ihn jetzt auf. Der kriegt gleich einen Schock, wenn er mich sieht. Neben sich. Hallo. Er hat mich angeschlichen. Guck mal, er rammt uns auch nicht weg. Brava, Dino. Brava, brava, Dino. So, jetzt sind wir in dem Gehege, wo die Metrias sind. Sehr cool. Ich glaube, die Metrias können wir auch nur aus dieser Perspektive gut beobachten, weil der ist riesig, der Metria. Ist jetzt, glaube ich, gerade am Fressen. Ich glaube, so hoch kommen wir nicht, oder? Doch, es geht sogar. Man sieht sogar den Hals. Aber nicht gut. Man sieht sogar so nicht mal den Kopf. Los, blück dich mal runter. So, jetzt sehen wir ihn. Also, der Metriacanto ist, glaube ich, der größte Dino hier in JWE. Bin ich mir aber gar nicht sicher. Aber ich glaube, der ist noch von der... Ah, interessant. Ich habe, glaube ich, gerade Metria gesagt. Na, Mamanchi meine ich natürlich. Oder? Hab ich Metria gesagt? Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ihr wisst ja, was ich meine. Oh, da schläft der Nächste. Hallo. Willst du auch einen Schock kriegen, wenn du erwachst? Oh, ich kann hupen. Ups. Entschuldigung. Aber nicht weggerahmt. Ne, der ist auch brav. Läuft an uns vorbei. Guter Dino. Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Gegend jetzt schon waren, oder nicht. Ich stelle dir jetzt mal vor, so ein Einhorn oben auf dem Kopf. Na gut, jetzt ist er ein Teletubbies. Ich glaube, da wäre ich lieber ein Einhorn. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich habe keine Ahnung, wie lange die Tour noch geht. Aber ich finde sie bis jetzt sehr interessant. Ich hoffe, ich habe mich nicht verfahren. Ich hoffe, ich habe mich immer an die Wege gehalten. Aber es ist ein sehr, sehr toller Park. Sehr gute Gestaltung aus dem See gemacht. Sehr natürlich aus. das Motto Safari Park hast du auf jeden Fall erfüllt. Die Rosaurier-Arten haben unterschiedliche Bedürfnisse. Diese stehen für uns an erster Stelle, weshalb wir für alle Arten eigene Konzepte erstellen. Vorhin haben wir auf jeden Fall einen Spino, wie ihr sehen könnt. Den können wir jetzt nochmal besser sehen, glaube ich. Mit meinem Lieblingsskin. Da ist er. Auch ein ganz toller Dino. Geht leider gerade weg. Ich hätte ihn gerne mal im Fressen beobachtet. Er verschwindet gerade in den Dschungel. Und da kommen noch, was kommt denn da angerannt? Dilos. Hallo Dilos. Na, wir lassen euch mal in Ruhe. Schauen wir uns nochmal hier die Dilos an. Nicht weg rammt. Die kleinen, wilden Dilos hier. Die machen auch so geile Geräusche, ne? Feier ich richtig. Na gut. Haben wir weiter aus dem Weg. Vielleicht sehen wir ja noch einen anderen Spino. Sehr, sehr cool. Leider gerade nicht. Und da kommen wir ja ins nächste Gehege. Und da ist direkt die Straße blockiert. Hallo. Oh. Okay. Ich glaube, der rammt uns nicht weg. Es sah gerade so aus, als wenn er Anlauf nimmt und voll gegen unser Auto läuft. Wäre nicht so cool gewesen. Und wir sollten hier lieber weg. Oh Gott. Wir fahren mal hier ganz geschickt weg. Jetzt werden wir gleich voll weggerammt. Sinus, ich will keinen Ärger. Ich will hier nur vorbei. Danke, danke, danke. Die scheinen nicht sehr scheu zu sein. Wollten bestimmt was zu fressen abgreifen. Ne, links noch irgendwas? Ne. Rechts war aber noch was. Strutiumimus ist ein vogelartiger Dinosaurier, der in Nordamerika lebte. Sein Name bedeutet Straußennachahmer und geht auf seinen zweibeinigen Körperbau zurück, der darauf schließen lässt, dass er schnell laufen konnte. Ne, Edmontos haben wir hier. Strutiumimus. Kommt gerade sogar in Edmonton angelaufen. Sehr cool. Hallo. Alles klar? Nicht Aua machen. Was mit dem Schweif auf? Scheibe war teuer. Okay, sehr gut. Da kommt auch noch ein Strutiumimus. Bleibt natürlich noch genau jetzt stehen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Aber es ist echt eine tolle Dschungelatmosphäre hier, oder? Da kommen wir zu den nächsten. Habe ich mich erschreckt. Er hat uns fast weggehangen. Ist wieder ein Apartment? Das ist ein Auto, glaube ich, ne? Oder sind wir jetzt wieder im gleichen Gehege? Ach nee, das ist ein Dino. Äh, Dino. Ich komme voll durcheinander. Ein Deinonikus. Nein. Diplodocus. Alles die Dinger mit D. Sieht man ganz schlecht, weil er gerade seinen Körper versteckt unter dem Baum. Aber jetzt sieht man es. Der hat nämlich hier diese ganzen Stacheln von vorne vom Hals bis zum Schweifende. Also Diplodocus. Mega nice. Fahr mal unter seinem Hals durch. Wenn das geht. Sehr cool. Also eine ganz tolle Dinosauriauswahl hast du hier in deinem Park. Oh nein, das war's schon. Ah, das war richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich überfliege jetzt nochmal kurz die Dinos einmal und gucke mir den Park von oben an. So, wir sind durch, Leute. Ihr könnt ihr auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Tour fandet. Mir hat sie mega viel Spaß gemacht. Ganz tolle Gestaltung der Gehege hast du. Aber deine Dinos hast du, glaube ich, so weit nicht benannt. Ich glaube, wir haben aber alle Arten gesehen, oder? Ich schaue gerade mal, ob wir irgendwas übersehen haben. Ja, ich glaube, wir haben alle gesehen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir haben nichts verpasst. Hat richtig Spaß gemacht. Also solche Parks könnt ihr gerne öfter einschicken, wo man nur so eine Tour durchfährt. Finde ich sehr interessant und sehr spaßig. Mega, mega cool. Falls euch der Park gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mal eure Meinung zu dem Park in die Kommentare. Ich fand ihn richtig, richtig cool. Und falls ihr auch mal einen Park einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung steht drin, wie ihr das machen könnt. Entweder per E-Mail oder hochladen und mir den Link in Discord schicken. Steht aber, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr drüber freuen. Kann allerdings ein bisschen dauern, bis euer Park rankommt, weil ich habe noch einige Parks, die vorher drankommen, weil ihr habt mich schon sehr, sehr viele E-Mails geschickt. Schon mal viel, vielen Dank dafür. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandi.